Einen wunderschönen guten Tag, ich bin's wieder, euer Showtime. Wir sind zurück bei Dragon Quest Heroes 2 und ich quassel nicht lange, wir machen vorwärts. Du langst direkt zum nächsten Kampf, bist du sicher? Aber sowas von. Okay, jetzt haben wir doch ein bisschen Zeit und quasseln, weil Ladebildschirm oder doch nicht. Die Grenze, schnuppa schnuppa, ich rieche Monster unglaublich viele. Eure Majestät, Gronkh ist ein viel fähigerer Kommandant, als er den Anschein erweckt. Er könnte einen Hinzeit planen, bleibt wachsam. Das werde ich. Und ihr hoffentlich ebenfalls. Orenkianer, vorwärts. Okay. Viel Stein, viel Ehres. Okay, gut. Der König, da haben wir ihn. Also wir werden eine kleine mobile Einheit bilden, die von der Hauptstreitmacht unabhängig agiert. Okay, machen wir. Einverstanden. Okay, da oben sind wieder Portalwächter. Da sollten wir uns vielleicht mal direkt durchmogeln. Ja, das, was die so nebenbei quatschen, das lese ich nicht. Das hatten wir ja schon in der ersten Aufnahme, ne. Es ist relativ tricky, das mit zu verfolgen. Ähm, vor allen Dingen mitten im Geschehen. Vielleicht würde es gehen, wenn wir nicht mitten im Geschehen sind. Aber so mitten drin ist tricky. Okay, er ist down. Dann können wir jetzt den Rest hier machen. So. Wir müssen schön Medaillen sammeln, das wäre wichtig. Und haben wir noch einen? Ja, sehr gut. Ah, ich finde den Wügel, finde ich ja geil, muss ich sagen. Und, wusch. Ich muss noch ein bisschen üben hier mit dem... Ja. Okay. Na, das war Mist. Egal. So. Das war's schon. U3 gleich. Ja, sehr. Herzlichen Glückwunsch. Achtung, Schlusswächter. Wo sind sie? Wo sind sie? Da oben waren sie, ne? Dann gehen wir... Uh, da. Dann gehen wir doch da mal hin. Und wir springen? Ja, wir können springen. Kein Traum. Die... Die forcieren wir gleich mal. Beziehungsweise nehmen sie direkt ins Visier. Jetzt wollen wir bloß ein bisschen aufpassen, dass... ich hier nicht zu doll auf die Mütze kriege, wenn ich alleine agiere. Okay. Sack. Komm. Komm. Bist du down? Nein, noch nicht. Ja, müssen wir ein bisschen hier... Was sagt der König? Okay, der König hat schon ein bisschen auf die Mütze gekriegt. Wo ist das andere Portal? Wo ist der andere? Da. Okay. König, halte noch ein bisschen aus. Genau. Komm. Wenn wir den hier down haben, können wir mal unten beim König ein bisschen aufräumen. Da. Down ist er. Sehr gut. Wo ist der König? Wo ist der König? Okay. Wo ist er denn? Da ist er. Okay. Macht hier gleich mit bei den Großen. Ich fasse es ja. Zack. Ich weiß, wir könnten ein Special machen, aber das hebe ich mir gerade noch auf. In der Hoffnung, dass hier gleich so viele Gegner kommen, dass sich das auch lohnt. Ja, okay. Und hier nochmal den rein. Ach, geil. Ja, Metzl macht Spaß. Kann man nicht anders sagen. Vor allen Dingen, wenn es gegen so bunte Gegner ist. Das ist schön, ne? Du kannst ihn mal da hinten machen. So, wo müssen wir hin? Wir müssen... Kommen wir hier hoch? Aua. Na, Sammer. Blödmann. Na, sag mal hier. Okay, das sollten sie alleine schaffen, denke ich. Hier haben wir mal noch ein Skill rein. Dann sind die beschäftigt. So, haben wir noch mehr von diesen... So, Medaille Schleimhand. Okay. Türmt sich von den Feinden auf und verpasst ihnen dann einen heftigen Hieb mit seiner gewaltigen Handfläche. Okay, nice. So, das nehmen wir mit. Hier machen wir mal kurz diesen, damit die beschäftigt sind. Und dann gehen wir uns mal da hinten schnell das andere Portal holen. So, weil die kommen hier nämlich immer mehr. So, ihr seid beschäftigt. Und dich holen wir auch uns da hinten. So, genau, du hier. So. Uh, wo ist er denn? Ja, anvisieren ist schwer. Sehr schön, haben wir den auch. Und dann können wir jetzt von hinten aufräumen. Nö, er hat von hinten gesagt. Nein. So. Okay. Die holen wir uns auch. Können wir hier schon mal was reinschützen? Können wir so weit, ja. Komm mal. Oder übersehe ich jetzt was, dass wir eigentlich weiter müssen? Nö, ne? Zack. Ich gucke mich mal gerade nochmal um. Ist hier oben noch mehr? Ne, okay. Nein, da war noch eine Medaille. Ach, du großer Gott. Was, eine von einem Wüstenwicht geführten? Nein, herzlichen Glückwunsch. Nein, unser König. Wo ist das? Wo war das? Andere Richtung. Da, okay. Dann gehen wir mal schnell. So. Na, hat sich doch gelohnt, dass wir das aufgehoben haben, oder? So. Und zack. Und ich glaube, das hat sich gelohnt. Ich glaube, das war gut. Guts. Nice. Na, das war doch sehr geil. Ist hier hinten noch einer. Na, das war doch mal sehr nice. Können wir noch ein paar Medaillen einsammeln, wenn wir dann den Platz haben. Ähm, Schützenwicht. Sehr gut. Ja, beschieß deine Feinde. Pipapo. So. Und die Heilung hätte ich noch gerne. Äh, dann nehmen wir mal kurz den hier noch. Dann können wir nämlich hier noch was machen. Ach, ist du groß, oder was? Dann kommst du auch noch. Ach so, nee. Ha, weg. Ja, weg. So. Wo müssen wir denn jetzt hin, hm? Du lebst noch? Lebst ja ja nicht. War das jetzt ernsthaft der Letzte? Das ist, glaube ich, auch noch so ein Wicht, ne? Da geht's weiter. Okay. Sehr schön. Ich glaube, das haben wir doch relativ souverän hier gemeistert. Ähm. Komm, wir nehmen mal noch so ein Wicht hier mit. War da noch mehr? Ja. Da oben ist noch ein bisschen Heilung, die wir aktuell... Komm, du kannst mal noch ein bisschen Heilung holen. Ist jetzt... Ist jetzt... Gedespawnt? Na gut. Zack, zack. Ist das mit ihm einfach am liebsten. Ist halt einfach so. 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 Macht bloß nicht zu schnell, Leute. Ich hoffe, dass der, ähm... Der König sich auch wieder hochheilt. Da kommt doch bestimmt jetzt... Die Tür hat sich geöffnet. Gronkh, oder? Was ist mit den Fallen? Genau. Los, komm on. Ich würde gerne in den Fallen gehen. Wir machen sicher, dass es sicher ist, Frau Majestät. Sehr gut. Wir sind alle hier für jetzt. Ist hier... Uh, uh. Eine Kiste. Und? Huch. Bisschen Geld? Was? Scheuderschlamm? Schauderschlamm. So. Und jetzt kommt doch bestimmt hier gleich wieder massig an Gegner. So wie sich das gehört. So. 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 Schön hier ein paar, äh... Ein paar Bogenschützen platziert. Platziert. Die dann hoffentlich auch so hier und links und rechts ein bisschen aufräumen. So. Und den platzieren wir auch mal. Und hätten so eine Kiste, die wollen wir uns. Ich hoffe, meine Leutchenzeiten noch auch so lange. Okay. Der Bogenschütze wird gerade eliminiert. Ich seh's schon. Aber wir sind gierig. Wir sind so gierig. Da hätten wir es noch mehr. Okay. So. Und wir platzieren den nächsten Bogenschützen. Dafür haben wir sie. So. Genau dafür habe ich die nämlich geholt. Dann lohnt sich das nämlich auch. Und wusch. So. Zack, 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 zack. Da ist die Hand. Na, nice. Das läuft doch. Okay. Okay, jetzt können wir hier ein bisschen was einsammeln. Jetzt könnten wir uns überlegen, ob wir nicht mal einen hier runterfallen lassen. Können wir nämlich noch eins einsammeln? Nee, können wir nicht. Aber jetzt. Und was bist du? Bist du so ein Einser-Ding? Sind hier noch Gegner? Na komm. Nein! Ah, Mist. Natürlich schön das Falsche fallen lassen. Ich wollte den da drauf. Den fallen lassen. Ah, shit. Einen schönen großen fallen lassen. Mist. Okay, jetzt gibt es hier wahrscheinlich irgendwie einen Weg nach oben. Ein Teleportal. Teleportal? Okay. Ja, bla bla. Wissen wir, dachten wir uns. So. Und jetzt gucken wir mal, dass wir den fallen lassen. Und uns dafür den mitnehmen. Nachdem wir hier alles aufgeräumt haben. Aber es macht schon Sinn, hier irgendwie alles mitzunehmen, oder? Also wirklich bewusst in jede Falle zu treten. Oh. Okay. Okay. So. Ja, komm. Ja, komm. Jetzt sind wir also wieder draußen. Also wenn wir aus einer Falle kommen, kommen wir wieder raus. Kommen wir hier hoch? Nein. Wo geht's denn hier hoch? Ich will hier oben das Portal ausstellen. Muss ich da außen rum? Ihr kümmert euch mal mit dem König, ne? Boah, ich muss hier ganz außen rum latschen. Meine Güte. Aber gut, es ist wichtig, dass wir das Portal ausstellen. Weil wenn wir das nicht machen, dann sind wir ja endlos am Kämpfen. Kann ich mal kurz hier mal kurz mit aufräumen, bevor die hier runterfallen. So, genau. Und weiter hoch. Jetzt haben sie aber böse gemacht, dass die Brücke, nicht die Brücke, die Mauer so hoch ist, dass man da halt nicht hochkommt. König, halte aus. Halte aus. Ja, da ist er. Komm, zack, zack, zack. Ah, du hältst aber auch einiges aus, du kleines Teufelchen mit der Gabel. Down ist er. Okay. Ist da noch einer? Okay, ich wollte das aufmachen. So, weil wir sind ja gierig, prinzipiell. Nein? So. Geronimo. Wo ist König? König. Boah, seine Armee ist aber krass dezimiert worden. Kann man nicht anders sagen. Wo sind die anderen? Wo sind die... Da hätten wir hoch... Da hätten wir hoch springen können, oder? Wenn wir hier hochkommen. Nein, oder? Nein, Doppelsprung können wir nicht. Kommen die da jetzt noch runter, die anderen? Ne, sieht nicht so aus, ne? Okay, dann gehen wir mal wieder rein. Dann gehen wir wieder rein. Und wir sind jetzt in die erste Falle getappt. Hier waren wir schon. Aber eigentlich finde ich das, wie gesagt, mit den Fallen gar nicht so brillig. Also so schlimm. Aber das ist eine große, okay. Wollen wir in die nächste Falle auch reintappen? Wollen wir uns das antun? Ich glaube schon, oder? Na los, komm, wir tappen mal in die Falle. Ach, das ist dieselbe. Ja, gut. Und jetzt sind wir wieder hier. Und wieder Gegner? Nein. Kommen wir hier rüber? Nee. So, okay. Na, kommst du da runter? Ich wollte nur den Gegner hier noch haben. Das war der Grund, wieso ich zurückgegangen bin. Ja, ich dachte, das sind dann gleich mehrere Fallen. Das lohnt sich. Und so ein Raum zum Fighten. Also, klar, oder? Dann gehen wir halt außerhalb rum. Das ist ja gut. So, was ist hier? Das sieht einladend aus. Vor allen Dingen da drü- Wi-i-i-ji-ji-ji-ji-ji. So. Und' takum. So. Geil das Teil. Ganz ehrlich. Der ist cool. Und komm. Was machst du da? Ich finde ihn cool, auch wenn wir jetzt gerade leider nicht so viel gesehen haben. Der ist nice. Okay, aber es ist schon krass, was hier wartet, wenn ich das mal so sagen darf. Dafür opfern wir doch auch gerne mal sowas hier. Und weg. War das nicht hier eigentlich auch mal ein Boss? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich weiß das gar nicht mehr. Los, komm, jetzt mit dem Finisher wäre nice. Ja, das sollte passen. Boom. Sehr schön. Sehr schön. Die Tür hat sich geöffnet. Und wir sammeln hier wieder fleißig ein. Dafür, was ist denn das? Das ist sowas Großes. Dafür können wir den wegschmeißen. Und den opfern. Sehr gut. Da ist noch ein kleiner. Aber wisst ihr was? Das war es schon wieder für diese Folge. Wobei, wisst ihr, was wir noch machen? Wir sammeln noch die Ecken ein. Das können wir noch gerade machen. Ich hoffe nicht, dass ich damit jetzt irgendwas triggere. Genau, ein bisschen Heide. So. Und in der nächsten Folge schauen wir uns dann an. Oh, was ist denn das? Konzentration. Oh, wie nice. Ja, und in der nächsten Folge schauen wir uns an, was sich da hinten in dieser Tür, hinter dieser Tür, in dieser Tür, vor allen Dingen in dieser Tür, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Und ich hoffe, ihr seid wieder am Starten. Von daher, bis zur nächsten Folge. Euer Showtime. Tschüss. 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 Vielen Dank.